Herzraten. Nachgetreten. Der Sporttalk auf Herz 87.9. Dazu begrüßt euch Pierre Bojewert. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstagabend. Es geht wieder los. Ab Freitag rollt wieder bei der Bundesliga. Und dafür sind wir passend mit dabei. Herzrasen nachgetreten heute mit einem Vorblick auf den Bundesligaspieltag. Aber ich freue mich heute auch, dass wir endlich mal ein bisschen Lokalsporn reinbringen und auch über die Kreisliga reden können. Und das mache ich mit meinen Gästen. Bei mir ist Robin Escher. Früher haben wir gegeneinander auf dem Platz gespielt. Mittlerweile ist der Schiedsrichter und das soll nachher auch Thema sein. Robin, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Was ich mich gefragt habe, Robin, was ich eben vergessen habe zu fragen. Wie lange bist du denn schon Schiedsrichter? Also wann hast du die Schuhe quasi an den Nagel gehängt? Also ich bin jetzt in meiner dritten Saison als Schiedsrichter aktiv. Vorher als Fußballer. Und dann habe ich gesagt, so jetzt mache ich nochmal das, worauf ich schon immer Lust hatte. Und habe die Schiedsrichter-Garriere eingeschlagen. Für meine Verhältnisse, glaube ich, mit meinem Alter ganz in Ordnung. Ja, also darüber wollen wir später nochmal reden. Das soll später Thema sein. Kommen wir jetzt nochmal an an den Gast. Matthias Münzel ist auch da großer Videospiel-Fan bei uns. Redaktionsleiter, aber auch Fan vom FC Bayern München. Und man höre den sportvollen Lotte. Genau. Ich finde es ein schönes Detail, dass man das immer nochmal so anbringen kann. Aber ich sehe schon, Matthias hat eben schon die erste Spitze verteilt. Er hat nämlich Robin das Wasser eingegossen, ein FC Bayern München Glas. Natürlich. Also wenn ich das zu greifen kriege, kriegt das der Gast. Robin ist BVB-Fan und ich glaube, wenn wir später über die Transfers in der Bundesliga reden, dann geht es richtig rund. Darauf freue ich mich sehr. Bevor wir jetzt gleich zum großen Fußballthema kommen, noch eine Sache in eigener Sache. Meine Mutter hat heute Geburtstag und hört zu. Deswegen von dieser Stelle schöne Grüße. Schöne Grüße. Schönen Geburtstag. Happy Birthday. Und der Song ist auch von meiner Mama Kat Stevens mit Morning Has Broken. Und keine Sorge, gleich geht es hier um Fußball auf Herz 789. Versprochen. Ist versprochen. Herz 87.9 ist hier mit eurem Fußballtalk Herzrasen nachgetreten. Und wir sind in der Uni Bielefeld stationiert, deswegen ist dieses Thema natürlich bei uns Pflicht. Die Arminia, die von Platz 1 in der Tabelle grüßt mit 34 Punkten, befindet sich gerade im Trainingslager in Benidorm und hat noch ein paar andere Schwierigkeiten. Es gab ein 0 zu 0 gegen CF Lanuccia. Ein Spiel, dem ich nicht so viel Bedeutung zumesse. Aber Matthias, du wohnst ja in Paderborn, aber saugst du dich jetzt so ein bisschen die Arminia auf? Vielleicht so aus deiner Sicht die Hinrunde. Wie hast du es aufgenommen, was bei Arminia im letzten halben Jahr passiert ist? Also muss man ja sagen, ist ja trotzdem alles Ostwestfalen und Paderborn versucht man ja zu vergessen gerade. Und da kommt an die Arminia gelegen natürlich. Und ja, man merkt das ja in der ganzen Stadt, habe ich das Gefühl. Hier prickelt es überall. Man ist erst in der zweiten Liga, spielt hervorragenden Fußball. Und ja, also wir hatten ja letztes Mal schon darüber geredet, weil da viele Verträge auslaufen. Hast du da ein Update vielleicht? Gibt es da schon was Neues? Ne, leider nicht. Da wollte ich aber gleich noch drauf zukommen. Oh, sorry. Er greift schon vor. Robin, wir haben gerade eben schon, als Sie Mikros Ausland darüber geredet, du als Anhänger der schwarz-gelben Zutaten von Borussia Dortmund hast auch gute Assoziationen zu Uwe Neuhaus, der bei euch auch mal Spieler war. Und hast auch eben auch schon gesagt, dass du schon findest, dass er diesen Stil bei Arminia gut mitprägt. Auf jeden Fall. Wenn man sich mal anschaut, wie der Fußball der Arminia so die letzten Jahre war, das glaube ich, da stimmen die meisten wozu, dass es da nicht so der attraktivste Fußball. Und mittlerweile kann man sich Arminia echt gut angucken. Also wirklich wunderschön, wie die teilweise Fußball spielen. Auch die Mannschaft ist sehr gut zusammengestellt. Also da hat auch Arabi seine Handschrift, glaube ich, ganz gut mit drin. Aber Uwe Neuhaus, ja, ich glaube, der passt sehr, sehr gut zu Arminia. Und mal schauen, was es dann wird. Es ist halt so mutig offensiv. Hat man das überhaupt schon mal in Bielefeld gesehen? Das ist Wahnsinn, oder? Ja, da unter Uwe Rappolder. Das ist schon ein paar Jährchen her im Jahre 2004, wo wir aufgestiegen sind. Da hat man auch mutig nach vorne gespielt. Der Trainer ist damals dem Geld erliegen und ist zum FC Köln gegangen. Und ist dann nach wenigen Monaten entlassen worden, nach einer Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Komisch. Karma is a bitch. Wo war ich? Genau. Wir wollten über Minia Bielefeld reden. Und du hast Sami Arabi angesprochen, der gute Arbeit macht und auch schon zwei Neuzugänge verpflichtet hat. Oskar Linner ist aus Schweden gekommen. Ein Torwart, dem man das Potenzial nach sieht, der nächste Nationaltorwart zu sein. und jemand von der Kölner U19, Sebastian Müller. Ich weiß nicht, hat einer von euch mitgekriegt, was auf Twitter los war? Ich sehe. Nee. Nein. Die Kölner Fans haben richtig ihren Wut abgelassen auf dem Twitter-Account von Köln, warum er diesen Spieler abgibt. Warum er seine Zukunft verkauft. Also würde ich schon sagen, das ist vielleicht ein Spieler, der was kann, Matthias. Oder würdest du sagen, das ist alles nur heiße Luft? Ja, auf Twitter ist ja vieles heiße Luft. Ich habe ihn leider jetzt noch nicht spielen sehen. Ich auch nicht, aber... Ja, wenn die Fans schon denken, das ist einer, aber die Vereinsführung gibt ihn weg. Wer ist da der Profi halt? Aber da muss man auch, wenn man die Transferpolitik von Köln betrachtet, haben die viel dumme Sachen gemacht. Und das könnte eine sein. Ist ja zugunsten von Aminia Bielefeld dann, oder? Ja, ich freue mich auf den Spieler, Oskar Linner, auch ein guter Transfer und vielleicht so ein bisschen das Vorgreifen, weil viele Verträge laufen aus. Auch der Vertrag von Stefan Ortega und Robin nickt schon so. Wäre, glaube ich, ein großer Verlust für die Aminia. Auf jeden Fall. Ortega hat eine super Entwicklung gemacht. Er ist ja, glaube ich, das zweite Mal schon bei Aminia. Er war zwischenzeitlich, glaube ich, mal bei den Löwen in München. Und Stefan Ortega ist, glaube ich, ein ziemlich sicherer Rückhalt geworden. Und ja, selbst wenn Ortega aber gehen würde, ihn lockt ja scheinbar nochmal die erste Liga. Er will es, glaube ich, auf jeden Fall erreichen. Und dann hat Aminia zumindest schon mal, ich sage mal, einen guten Toil damit Perspektive geholt. So wie es sich zumindest anhört. Ja, aber wenn man so die aktuelle Tabellensituation sieht, könnte man ja bei Aminia auch erste Bundesliga spielen. Ist das denn so gesichert schon? Wenn man mal guckt, so die letzten Spiele der Hinrunde, ja, da haben sich die Teams da oben alle nicht so mit rum bekleckert. Auch Aminia nicht. Und wenn Aminia einfach nur von diesen, ich sage mal, letzten fünf Spielen drei gewonnen hätte, dann wären die schon gefühlt aufgestiegen. Ja, und so ist es dann immer noch alles ziemlich eng miteinander. Natürlich ist es dieses Jahr definitiv möglich, wenn sie weiterhin an die Hinrunde anknüpfen können. Vor allem an die ersten zwei Drittel der Hinrunde. Aber den Rest, die Rückrunde muss erstmal noch gespielt werden. Das ist so ein richtiger Satz von Ost-Westfälischer Skepsis. Matthias, ich gebe die Frage nochmal an dich weiter. Würdest du, Robin, zustimmen, dass es für Aminia schwer wird? Oder siehst du den Aufstieg schon in der Tasche? Ja, ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass ich die Liga im Moment sehr schwach eigentlich sehe. Nur die Aminia sticht ja gerade ein bisschen heraus. Und um auf Ortega nochmal zurückzukommen. Ich habe wirklich viele Freunde hier in Bielefeld, die auch richtig mit Herzblut Aminia-Fan sind. Und die haben die letzten Jahre immer über den Torhüter geschimpft. Aber seitdem Ortega da ist, ist immer, ja, der Ortega, das ist ja einer. Mit dem kann man aufsteigen. Und ich denke, vielleicht liegt es nachher an ihm. Und vielleicht liegt es auch an der, wie lange es sich noch hinzieht, dass er den Vertrag verlängert. Ja. Ich kann mich, also vor zwei Jahren war es ja bei Julian Börner so, dass man auch lange hin und her diskutiert hat. Und dann war er auf einmal weg, obwohl er eine mündige Zusage gegeben hat. Ich hoffe, dass das bei Stefan Ortega nicht so wird. Und dass Aminia dann auch ein bisschen besser aufgestellter wird. Ja, vielleicht ist ja der Aufstieg dann der Grund, dass er da bleibt. Dann gibt es vielleicht ein bisschen mehr Geld. Er kann erste Liga spielen. Warum denn nicht? Ja, aber ich möchte nicht bis zum letzten Spieltag warten, bis da ein Vatac unterschrieben ist. Und Robben nickt, das sieht man im Radio nicht, aber er nickt, du fändest es auch schön, wenn das mit Ortega ein bisschen eher fest wäre. Ja, definitiv. Es soll ja auch ein geblieblich eine Frist geben bis Ende Januar. Das habe ich mal gehört, das spekuliert man, dass man zu Ortega auch gesagt hat, bitte entscheide dich auch bis dahin. Weil das ist natürlich klar, die Verträge für die neue Saison, die werden in der Regel, vor allem gerade bei den guten Spielern, nicht mehr im Mai unterschrieben. Das steht dann schon eine Zeit lang vorher fest. Und Aminia braucht ja auch Planungssicherheit. Und gerade bei so einem wichtigen Spieler wie Ortega. Ja, aber guck doch mal, wie gut die jetzt spielen, wo sie alle um einen Vertrag spielen. Die spielen alle so gut, weil sie einen neuen Vertrag in einem Top-Klub wollen. Das ist eine schöne These von Matthias zum Abschluss. Ja, also ich glaube auch, dass Ortega lieber gerne mit Aminia Bundesliga spielen würde. Aber ich glaube, viel wichtiger könnte es vielleicht für ihn sein, dass er Bundesliga spielt. Und auch wenn Aminia vorne ist. Man hat jetzt die letzten Spiele gesehen und da ist halt diese Skepsis, spielt da vielleicht auch noch ein bisschen mit. Ja, ich glaube, es ist auch nicht einfach für Ortega selber. Doch glaube ich, ja, ich sag mal so zu 51 Prozent bin ich mir sehr sicher, dass Ortega definitiv verlängert. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, weil er hat wirklich auf sich aufmerksam gemacht in der letzten Zeit. Und ich glaube, es gibt Bundesligisten, die würden ihn definitiv sofort holen. Ja, also Köln. Abschließend kann man also sagen, wir würden uns sehr voll in der Runde, wenn Stefan Ortega verlängert. Wohin der Weg der Aminia geht, das werden wir dann sehen. Die sind erstmal noch im Trainingslager und am 28. Januar geht es dann los mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum mitten in der Woche. Dann können wir jetzt mal gucken, wie wir die Aminia so einordnen können. Damit ist die zweite Bundesliga bei uns Geschichte. Wir wollen dann gleich mal auf die erste Bundesliga blicken. Da gab es natürlich jetzt viele Transfergeschichten in den letzten Wochen. Und wir wollen so unsere Höhe und Low Points ausarbeiten. Das machen wir für euch auf Herz 7,8,9 nach All the Small Things von Blink 182. 18.15 Uhr, ihr seid auf Herz 87 und hört den Fußballtalk nachgetreten. Wir wollen jetzt ein bisschen über die aktuellen Transfers in der Bundesliga 1 reden. Und der erste Punkt, der auf meinem Zelle steht, da geht natürlich klar in die Richtung von Robin. Robin, wo warst du und wie war deine Reaktion, als du gelesen hast, dass ihr den meistgewollten Stürmer in Europa, Alec Holland, vom RB Salzburg gekauft habt? Ja, also ich weiß jetzt noch ziemlich genau, wo ich war. Und zwar war ich bei einem Hallenfußballturnier als Schiedsrichter. Und auf einmal, ich hatte gerade ein Spiel Pause, hatte mein Handy in der Hand und dann hatte meine BVB-App. Sofort Breaking News, BVB verpflichtet, Erling Haaland. Da denke ich, boah, also das war, ich bin sofort in Euphorie verfallen. Ich denke, Wahnsinn, Wahnsinn. Man hat es natürlich gehofft. Das ist ja so mit das heißeste Sturmtoilent, was es in Europa gibt. Alle wollten ihn haben. Und dann auf einmal passiert das. Auf einmal steht da, Dortmund verpflichtet Haaland. Also Wahnsinn. Also der gute Mann ist 19 Jahre alt. Also er ist noch sehr jung, hat aber jetzt in der abgelaufenen Champions-Saison auf sich aufmerksam gemacht. Unter anderem gegen FC Liverpool ein paar Dinge eingeschenkt. So ein Stürmertyp, den glaube ich jeder in Europa hätte gerne gewollt. Vielleicht auch die Bayern, Matthias? Fragezeichen? Ja, wir haben noch einen Stürmer. Der schießt genug Tore. Der wird aber auch nicht mehr jünger. Ja, ich weiß, da muss echt mal was passieren. Es gab ja jetzt den Hilferuf. Ich wollte gerade sagen, wir können es auf einigen. Holland ist ein guter Deal für den BVB. Er muss noch naheweisen, dass er auch die internationale Klasse hat. Aber ich denke mal, dass ihr ihn aufbauen könnt. Beim FC Bayern ist das Problem. Da passiert, gelinde gesagt, nichts. Ja, Hansi Flick hatte sich ja gesagt, diesen Hilferuf in der Presse sogar geäußert, dass er sich wünschen würde, dass man ein bisschen verstärkt wird. Und Salihamidzic hat natürlich gesagt, dass man das auch tut. Aber jetzt haben wir heute schon den 16. Januar und es passiert nichts. Für Neuverpflichtungen hätte man das komplette Trainingslager jetzt schon verpasst. Und bis sie dann mal integriert sind in der Mannschaft, haben wir dann auch schon März. Da ist man wahrscheinlich schon aus der Champions League geflogen, weil man keine Innenverteidiger mehr hat. Also ihr seht die Schweißperlen auf meiner Stirn, oder? Ich habe richtig Schiss, dass es deswegen schief geht irgendwie alles. Ja, aber Rafinha hat doch gesagt, er würde helfen. Also Rafinha, früherer Bayern-Spieler, hat gesagt, er würde nochmal für die Bayern spielen. Kein Scheiß, an den habe ich auch mit als erstes gedacht. Wenn man noch einen Rechtsverteidiger braucht, einfach mal Rafinha wiederholen. Er spielt ja immer noch. Warum denn nicht? Ich habe in der Sportbett noch eine andere Sache gelesen, wo ein Redakteur jemanden aufforderte, nochmal zurückzukommen, nämlich Arjen Robben, der aktuell Jugendtrainer im Münchner Vorort ist. Wie findest du die Idee, Robben? Also ich bin gerade ein bisschen überrascht. Ich selber habe davon noch gar nichts mitbekommen. Wenn man jetzt mal so ein bisschen darüber nachdenkt, Arjen Robben, ja, wenn er fit ist. Das ist natürlich die Voraussetzung. Das war ja so schlimm verletzend. Ja, er hat ja oft genug diese schlimmen Verletzungen gehabt und ich weiß jetzt nicht, wie er sich dieses halbe Jahr fit gehalten hat, aber ich glaube, wenn er jetzt mit der Vorgeschichte, wenn er da jetzt auch ein halbes Jahr, ich sage mal, nicht mehr auf dem relativ hohen Niveau trainiert hat, könnte das auch fitnessmäßig schwer werden, weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich stelle mir gerade vor, es gibt dann aktuelle Bilder in das Sportbild, wo er richtig eine Pocke hat und 150 Leute angefressen. Nee, also man sieht ihn als Trainer bei seinem Verein, wo er gerade Jungtrainer ist. Er ist noch so drahtig wie eh und je. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man das Wettkampf, Wettkampfphysis nennen kann, was die einen Robben hat, aber worauf wir uns einigen können, ist, der FC Bayern muss vielleicht noch was machen, damit er in der Liga noch ein bisschen oben mitspielen kann. Absolut, absolut, das muss. Also du sagst, ihr musst und der BVB-Fan zu der Linken ist vielleicht ganz froh, wenn sie es vielleicht nicht machen. Nein, definitiv, es wird doch schwer. Leipzig da vorne, die spielen da wirklich unfassbaren Fußball, auch in der Bundesliga die Saison. Und das stimmt schon, Bayern München ist da halt sehr dünn besetzt im Kader, auch wir. Also das müssen sich alle nochmal strecken, aber auch Leipzig hat es jetzt nicht gerade ganz einfach. In der Champions League ist auch noch angesagt. Ja, ansonsten wurde auch nicht so viel... Gladbach haben wir noch hier, schon wieder vergessen. Ja, aber wir wollen ja über Transfers reden. Ansonsten wurde in der Liga nicht so viel Geld in die Hand genommen. Bei Leverkusen hat noch 17 Millionen für SCL Palacios bezahlt vom River Plate. Ein junger, dynamischer Spieler, ob er 17 Millionen wert ist, das muss er noch beweisen. Also ich kann mit dem Spieler zwar nichts anfangen, ich kann ihn nicht einschätzen. Und deswegen muss man mal sehen, was dieser einzelne Spieler bringt. Die Bayern haben ja nur groß Aufsehen damit erregt, dass sie Alexander Nübel vom FC Schalke für nächste Saison verpflichtet haben. Aber das sprengt hier, glaube ich, den Rahmen, wenn wir noch darüber reden. Was ich interessant finde, ist, der 1. FC Köln würde es gerne nochmal wissen. Wir möchten nochmal angreifen, haben jetzt mit Mark Uth, glaube ich, eine gute Verstärkung geholt und noch zwei junge Spieler noch verpflichtet. Aber Robin, siehst du noch eine Möglichkeit für den FC Köln, da aus diesem Loch noch rauszukommen? Es ist schwer. Ich meine, die haben jetzt die Rückrunde ganz gut beendet, haben da nochmal einige Punkte gesammelt. Da muss man schon sagen, da ist Köln vielleicht gar nicht auf einem ganz schlechten Weg. Ich weiß ja nicht, die haben ja den Trainer auch gewechselt, die haben auch im Vorstand einiges getan, wie schon immer. Ob das jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Ruhe im Verein reinbringt, weil das ist nämlich bei Köln immer das Problem. Wenn es nicht läuft, dann ist das total unruhig bei denen und dann sinken die in so eine Spirale rein, wo es dann auch schwer wird rauszukommen. Zumindest der Eindruck war jetzt vom Ende der Hinrunde, dass sie zumindest alles dafür geben, nochmal ordentlich Punkte geholt haben. Und wenn sie jetzt daran anknüpfen können, dann kann das nochmal funktionieren. Aber mit Mark Uth, glaube ich auch, dass sie einen Stürmer geholt haben, der auch einige Tore schießen kann. Bei Schalke lief es nicht so gut, weil ich auch viele Verletzungen habe. Und bei Köln, ja, schauen wir mal. Wir müssen auch gucken, wie der Rest der Liga sich schlägt. Also ob Werder Bremen jetzt nochmal ein Comeback hat oder ob die wirklich jetzt absteigen oder sowas. Wieso wir halt aufschauen. Werder Bremen hat ja Kevin Vogt unter anderem von Hoffenheim verpflichtet. Das halte ich für einen sehr guten Transfer. Aber man muss auch immer noch sagen, was das Thema Transfers angeht, es ist der 16. Januar. Es ist noch 14 Tage bis zum groß beschriebenen Deadline-Day, wie es ein großer Sportfernseher immer so schön beschreibt. Ich glaube, da kann noch eine Menge passieren. Und wir werden nochmal weiter beobachten, ob noch irgendwo der große Top-Transfer lauert. Jetzt verlassen wir erstmal die Bundesliga und gehen jetzt gleich Richtung Kreisliga und zu einem Thema, was nicht so schön ist. Wir wollen nämlich gleich über die vergangenen Bielefelder Stadtmeisterschaften reden, bei denen es zu Ausstreitungen Publikum gab. Das wollen wir hier gleich bei Herzrasen Nachgetreten diskutieren. Krugens Bluff von GetFly. Ihr seid bei Herzrasen Nachgetreten. Ich diskutiere heute mit meinen Gästen Matthias und Robin ein bisschen über alles aus der Fußballwelt. Und jetzt geht es hier um den Bielefelder Lokalfußball. Besser gesagt, um die Bielefelder Stadtmeisterschaften. Eigentlich immer eine schöne Veranstaltung. Buhnen zaubert zwischen den Jahren immer gute Stimmung. Doch dieses Jahr wurde die Stimmung ein bisschen getrübt. Für alle, die es nicht wissen, was ist überhaupt passiert. Es gab ein Vorrundenspiel zwischen dem SC Higrid und TUS08 Senne. Die haben sich 1 zu 1 getrennt, waren damit beide in der Finalrunde. Und in die Röhre musste halt TUS Brake gucken, die halt nebenher gucken mussten und halt dadurch nicht weitergekommen sind. Und im Zuge dieses Ende dieses Spiels gab es Auseinandersetzungen zwischen den Fans vom SC Higrid und dem TUS Brake. Und das hat sich so hochgeschaukelt, dass die beiden zuständigen Schiedsrichter die Halle räumen mussten und das Turnier an diesem Tag abgebrochen wurde. Das letzte Spiel hatte eh keine Relevanz mehr, aber da war halt richtig, richtig ramba zamba. Robin, du bist ja auch selber Schiedsrichter. Hast du das schon mal erlebt, dass du so eine Zuzung gehabt hast, wo du so hart eingreifen musstest, dass du wirklich eine Halle räumen lassen musstest? Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Das sind schon ganz seltene Vorfälle. Und das ist schon wirklich erschreckend, was dort passiert ist. Aber ich habe Gott sei Dank nicht so eine Erfahrung machen müssen bisher. Ich hoffe, das bleibt auch so. Matthias, wie schätzt du das ein? Es ist ja eigentlich nur Hallen, Turnier, alle wollen Spaß haben und dann schaugert sich das so hoch. Was geht den Leuten vor, dass bei solchen Spaßveranstaltungen so etwas passieren kann? Das ist halt die Frage, die man sich stellen muss. Was kann man da gewinnen? Eigentlich nichts, außer, dass man den ganzen Tag Spaß hat und dass man sich da noch rumprügeln muss. Das ist doch echt, also, die müssen doch schon eigentlich mit dem im Sinn dahingegangen sein. Heute prügele ich mich oder sowas. Also, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie es deswegen gelaufen hat. Hat man die Täter denn noch ermittelt? Gibt es da irgendwelche rechtlichen Maßnahmen oder sowas? Das ist ja der Punkt. Also, es wird noch ermittelt. Und es war halt auch so, dass zum Beispiel der SC Secret, wo ja auch dann Fans mit involviert waren, Am nächsten Tag war die Finalrunde und es ist nichts passiert. Die Finalrunde fand ganz normal statt und über allem schwamm so dieser leichte Film, dass was passiert ist. Es wurden keine Konsequenzen im direkten Tag irgendwie gemacht für die Spieler oder auch dann die Fans, die irgendwie mit in der Halle waren. Robin, hättest du dir vielleicht mehr Durchschnittsvermögen gewünscht? Hättest du dir vielleicht gewünscht, dass da die Konsequenzen schneller getragen werden von den Leuten, die das verursacht haben? Da sage ich ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass sowas konsequent behandelt wird. Aber ich glaube, da schon für den nächsten Tag auch eine Konsequenz zu finden, ist relativ schwer. Ich denke, sowas muss auch immer fairerweise natürlich aufgearbeitet werden, dass man auch wirklich genau sagen kann, was ist genau passiert, von wem ist was passiert. Und Konsequenzen sind ja noch möglich, aber so kurzfristig, ich persönlich stelle mir das schwierig vor, dass da eine faire Konsequenz auch wirklich zustande gekommen wäre dann. Ja, also du findest es schon gut, dass man halt jetzt gewartet hat, um halt die Täter zu ermitteln. Matthias, wie siehst du das? Ja, ich finde, was kannst du da auch großartig machen? Du weißt ja erstmal nicht, wer angefangen hat, wie das passiert ist und wie willst du das bewerten, die Eskalation? Du musst ja, also wenn du einen Schuldigen da suchen möchtest, wo willst du da anfangen auch? Wen willst du bestrafen? Du kannst ja, die Spieler haben ja wahrscheinlich noch am wenigsten damit zu tun, würde ich sagen. Oder haben die, ich glaube, ein Trainer hat irgendwie mitgeprügelt sogar oder hat den Cut über den Auge gehabt. Ja, muss man halt auch fragen, ob das sein muss, dass ein Trainer da noch mit reingeht irgendwie. Aber die Spieler darfst du ja im Grunde nicht bestrafen. Der Trainer saß nur mit auf der Bühne, deswegen, weil es ist ja da so zwischen die Front geraten. Du kannst ja Geisterspiele höchstens machen. Du kannst ja sagen, okay, dann spielen wir das Turnier ohne Zuschauer weiter, wenn das hier zu gefährlich ist. Aber das ist ja für so ein Spaßturnier auch irgendwie doof, wenn es nichts zu gewinnen gibt, außer, dass man ein paar schöne Spiele sieht in der Halle. Ja, das Ganze wird jetzt auch nochmal aufgearbeitet. Man spricht darüber, dass man Sperren ausspricht, dass man vielleicht sogar Turnierausschüsse macht. Robin, hast du schon so eine konkrete Forschung im Kopf, was man da, also was du dir als, sagen wir mal, als Konsequenz daraus wünschst, was jetzt diese Leute erwartet, die da halt diesen Tumult gemacht haben? Also ich finde, die beste Konsequenz wäre, wenn einfach solche Menschen, die sowas getan haben, einfach nicht mehr bei solchen Turnieren in die Hallen reinkommen. Dass man solche Leute, dass man eine Möglichkeit findet, dass man solche Leute dann auch wirklich aussperrt. Und da sind natürlich dann auch die Vereine zur Aufklärung verpflichtet. Das ist meine Meinung. Und für andere Konsequenzen, ja, da ist natürlich die Frage, wen ist damit geholfen, wenn man jetzt einen Verein zum Beispiel ausschließt für nächstes Jahr? Ja, ich meine, das ist damit dann automatisch halt wirklich eine faire Konsequenz geschlossen, für das, was da halt passiert ist ein Jahr vorher. Also ich finde wirklich, so die beste Konsequenz wäre einfach, wenn man, wenn die Vereine wirklich unterstützt und helfen, dass diese Leute rausgefiltert werden. Also du willst, dass die Vereine, Robin nimmt die Vereine in die Pflicht. Matthias, es wird, also wie gesagt, was im Raum steht, ist halt, dass die betroffenen Vereine vom Spielbrief ausgeschlossen werden. Robin hat gerade schon gesagt, er findet die nicht so gut. Ja, halte ich auch für falsch. Also es ist einfach, die Fans machen das ja. Also wenn jetzt, das kommt ja auch ab und zu mal vor, dass da geprügelt, dass die Teams sich gegeneinander prügeln. Hast du sowas schon mal erlebt, Robin? Ja, Gott sei Dank nicht, nein. Ey, würde ich mir bei dir auch nicht wagen. Aber das kommt ja auch noch vor. Dann kannst du einen Verein sperren. Aber wenn das nur die Fans sind, was willst du denn machen? Du bist ja für deine Fans nicht verantwortlich im Grunde. Natürlich, genau, und da kommt das ins Spiel. Wenn dir aber auffällt, dass öfter immer sowas passiert, dann musst du dir vielleicht mal die Gesichter merken und dann sagen, nee, du kommst hier nicht mehr rein. Du sorgst hier immer für Unruhen. Auch wenn du hier fünf Euro in die Kasse zahlst und Mannschaftsmitglied bist. Aber das können wir einfach nicht gebrauchen. Du versaust ja unsere Reputation. Das können wir so nicht machen. Also, am Ende hast du noch mal die Kurve gekriegt, sodass Robin war kurz am überlegen, aber ihr nehmt beide die Vereine in die Pflicht. Die Vereine müssen dort transparenter arbeiten, die Leute vielleicht auch aussperren. Das sind so die Vorstellungen, die ihr habt. Habt ihr noch irgendwie eine andere Idee, wie man die Turniere in den nächsten Jahren sicherer machen kann? Muss man noch irgendwie größere Sicherheitskontrollen machen? Oder gibt es noch irgendeinen... Ja, was kostet das dann? Es wird über viel diskutiert im Moment. Ja, klar, aber das sind ja Kosten... Ey, wenn man sich mal so Schwarz-Weiß-Fußballspiele anguckt aus den 50ern, 60ern, da haben die Leute teilweise bis zur Seitenlinie gesessen und da ist nix passiert. Schön im Anzug mit Hut auf. Und heutzutage, da musst du Hochsicherheitskontrollen haben. Die Leute können sich einfach mal wieder benehmen und das mal wieder nur als Sport sehen. Also, als sportlichen Wettkampf nicht. Das muss nicht mit Fäusten passieren. Ja, definitiv. Also, Fußball ist ja nun mal ein Sport der Emotionen. Aber Emotionen haben dann auch irgendwo Grenzen. Und für mich, sobald da irgendwie Fäuste fliegen, das sind für mich keine Emotionen mehr. Sowas hat einfach im Sport oder auch überall, auch in der Gesellschaft, hat das einfach nix verloren. Und wie du schon gesagt hast, die Leute, die sollen sich einfach zusammenreißen. Fußball ist so eine tolle Sportart. Und wenn da Leute sind, auch mit Kinder, Familien, die dann nach Weihnachten einfach eine schöne Zeit dann mit dem Fußball verbringen wollen, das kann nicht sein, dass sich da Leute einfach nicht benehmen können. Also, ja. Also, wir wünschen uns für die nächsten Stadtmeisterschaften, dass die Vereine vielleicht bei den Fans ein bisschen mehr aussieben und appellieren auch an den gesunden Menschenverstand, wenn ich das mal so aufs Gröbste unterbrechen kann. Damit wollen wir dann auch die Bielefeld-Stadtmeisterschaften abschließen und wollen gleich ein bisschen noch bleiben, aber im selben Themenbereich, wollen nämlich gleich über die Kreisliga an sich sprechen und vor allem, wie es so ist, als Schiedsrichter mit dabei zu sein. Wenn da ist Robin natürlich heute präsentiert, für uns gleich ein bisschen was aus dem inneren Alltag zu präsentieren, da freuen wir uns sehr drauf. Matthias meint im Vorfeld, er hat auch viele Fragen. Hoffentlich greift schon mal jemand dazwischen. Was Robin so erzählt hat, das gibt es gleich bei Herzrasen nachgetreten, nach All Because Of You von Royal Republic. Hier ist Herz 87.9 mit dem Fußball-Talk, Herzrasen nachgetreten und wir wollen jetzt über etwas reden, was wir hier so selten sind. Normalerweise reden wir über die Spieler auf dem Platz. Heute soll aber mal der zwölfte, der zwölfte Mann, sage ich schon, der 23. Mann auf dem Feld im Mittelpunkt stehen, nämlich der Schiedsrichter. Robin Escher ist bei uns vom Tourstuhl-Holbert-Rabensberg und ich habe eben schon mal ganz am Anfang erzählt, wir haben früher in der Kreisliga oft gegeneinander gespielt und irgendwann komme ich zum Sportplatz und Robin kommt mir entgegen und hat aber keine Tasche meiner Bayer, sondern schießt sich da Outfit an. Und Robin, du hast diesen Weg gemacht vom Spieler, die Spielkarriere zum Schiri. Was war überhaupt der Anreiz, das zu machen? Ganz ehrlich gesagt, ich war 18, 19 und ich habe sehr, sehr gerne Fußball gespielt, aber ich habe auch dann mal ein Spiel als Spielleiter gemacht. Früher gab es diese Spielleiterspiele, da wurde man vom Verein zu irgendeinem Spiel geschickt, was man leiten musste. Und das habe ich dann gemacht und das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Ich habe danach auch wirklich sehr gutes Feedback bekommen und da habe ich so gemerkt, boah, das ist schon etwas, glaube ich, was mir liegt. Trotzdem wollte ich das Fußballspiel nicht aufgeben, weil da hatte ich halt mit meiner damaligen Mannschaft, ich hatte ein großes Ziel vor Augen, was halt, ja, es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir es erreicht haben. Das war dann am Ende die Meisterschaft. Und dafür, danach das Jahr, der Aufstieg, die meiste Saison, danach war dieses Ziel abgeschlossen. Und da wusste ich so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt will ich nochmal die Laufbahn einschlagen, was ich schon zu dem Zeitpunkt knapp vor zehn Jahren machen wollte und habe mich dann für den Schiedsrichter-Anwälter-Lehrgang angemeldet. Und das war auf jeden Fall mit Abstand eine fantastische Entscheidung. Also ich sehe schon, du bist richtig passioniert dafür. Wenn ich mir vorstelle, wie sind so die Umstellungen, wenn man halt nicht mal als Spieler auf dem Plasch ist, sondern auch mal Schiedsrichter, also ist dann, nimmt man das Spiel ganz anders wahr? Ja, ja, lustigerweise, wenn man selber, ich bin ja oft selber auch im Stadion, man guckt das Fußballspiel selber ganz anders. Man, ach, es ist unfassbar. Ich habe immer gesagt, nein, ich werde niemals einer sein, der jetzt darauf achtet, was der Schiedsrichter macht. Doch, es ist so. Man ist selber Schiedsrichter geworden, man guckt Fußballspiele auf einmal und man achtet sehr genau darauf, wie der Schiedsrichter die Entscheidung trifft und geht mit sich selber auch im Konflikt, ob man die Entscheidung nicht anders getroffen hätte. Das ist so, wenn man selber im Fußballstadion ist und wenn man selber auf dem Platz läuft, ich finde, da war die Umstellung gar nicht so riesig. Nur, dass man halt selber dann auch mal erfahren hat, wie es ist, wenn die Spieler diese klassischen Motzereien gegenüber den Schiedsrichtern machen. Das hat man dann ja mal mit der eigenen Haut erfahren. Und ja, das war... War das denn, als du noch Spieler warst? Warst du auch ein Motzer noch? Jein. Also, ich war schon mal jemand, der gerne auch mal was gesagt hat, aber trotzdem war mir immer wichtig, dass jetzt der Schiedsrichter sich bei uns wohlfühlt. Und es darf ja auch mal das eine oder andere Wort gewechselt werden, solange alles im Rahmen bleibt. Das habe ich schon als Spieler so gesehen. Das sehe ich jetzt auch immer noch als Schiedsrichter so. Ja. Ich wollte sagen, du greifst meine nächste Frage vorweg. Das ist nämlich so eine Sache, die ich mir auch fragt. Wie bist du denn auf dem Fels? Man spricht ja immer so, ja, der ist Freund der Spieler, der lässt mehr durchgehen, der ist sehr kleinlich. Was bist du für ein Schiedsrichter-Typ? Also, ich selber, ich versuche immer, das Fußballspiel laufen zu lassen. Ich sage mal, das Schönste ist immer, wenn der Schiedsrichter gar nicht auffällt. Wenn ich sehe, da sind zwei Fußballmannschaften, die wollen Fußball spielen. Das heißt, die wollen auch Zweikämpfe führen. Also, alles im Rahmen, fußballtypische Aktionen, dann lasse ich die auch spielen. Das ist immer das Schönste, wenn ich gar nicht aufhalle und wenn ich am wenigsten eingreifen muss. Wenn man mal meine Spiele sieht, ich habe auch wenig Karten, weil ich versuche halt immer eine gewisse Ruhe auch dann reinzubringen und auch in den passenden Momenten halt auch mal das Spiel ein bisschen kleinlicher zu pfeifen, sodass gar kein Stress aufkommt. Also, ich mag selber halt, wenn die Teams Fußball spielen, jeder Schiedsrichter hat dann einen eigenen Stil. Das ist halt kein monotones Verhalten und ja, ich mag es einfach, wenn die Fußballspielen Zweikämpfe führen können und ich glaube auch, die Spieler finden das auch recht angenehm. Zumindest habe ich bisher immer oder selten negatives Feedback bekommen, sagen wir mal so. Hast du denn auch mal ein Spiel gehabt, wo wirklich richtig viel gekloppt, gekriegt und getreten wurde? Ja, solche Spiele hat man schon ab und zu mal, Gott sei Dank nicht so oft. Das ist gut, ja. Aber ich erinnere mich an ein bestimmtes Spiel, da ging es für ein Team noch darum, eventuell in den Aufstiegskampf reinzugehen und die lagen dann kurz vor Schluss 1-0 hinten und haben dann aber gedrückt und dann sind denen komplett die Sicherung durchgebrannt. Dann habe ich denen einen Elfmeter nicht gegeben. Für mich eindeutig nicht zu erkennen, aber die haben den halt ganz klar gefordert und kurz danach, später, hat dann einen Spieler, ja, von Weitem mit gestreckten Beinen versucht, seinen Gegenspieler umzufaulen, der dann direkt die rote Karte erhalten hat. Und danach gab es Rudelbildung und so weiter und so fort. Also, ja, solche hektischen Spiele, die dann auch mal ein bisschen heftiger geführt werden, die kommen schon mal, ja. Du erzählst es so lebendig, als wenn es gestern erst passiert ist. Das nimmt man dann auch mit nach Hause, oder? Da grübelt man noch ein bisschen drüber nach, oder? Ja, das ist halt oft so. Wenn du halt so Spieler hast und wir Schiedsrichter, wir hinterfragen auch unsere eigenen Entscheidungen, immer wieder. Gerade an den Spieltag selber. Wenn wir Sonntag ein Spiel hatten, was total aufregend war, was hitzig war, wo dann auch oft mal zu Teams war, die vielleicht auch mit seiner Entscheidung nicht einverstanden waren, sowas, das nimmt man schon mit und man denkt drüber nach. Man muss das selber auch für sich dann erstmal verarbeiten. Und es ist dann auch wichtig, dann mit sich dann aber auch spätestens Sonntagabend dann im Reinen zu sein, weil sonst ist es wirklich so, da hast du wirklich sogar Probleme manchmal so beim Einschlafen. Da dauert es vielleicht mal eine Stunde länger, weil man ist da so mit beschäftigt. Weil es ist so, als Schiedsrichter hast du selber auch den Ansporn, so gut wie es geht zu sein. Das hat der Fußballspieler ja auch. Er will ja auch seiner Mannschaft helfen. Nur du als Schiedsrichter, du stehst da alleine und du willst wirklich deine perfekte Leistung abliefern, was gar nicht machbar ist, weil wir machen halt immer Fehler. Das ist einfach so. Als Spieler hat man ja manchmal so dieses Gefühl, ey, wenn ich den Schritt noch ein bisschen schneller gegangen wäre, dann hätte ich ihn reingemacht. Hast du dann auch vielleicht mal, wenn ich hier noch einen Schritt eher gegangen wäre oder weiter, dann hätte ich vielleicht besser gesehen, ob das jetzt Elfmeter ist, Einwurf oder sonst was? Jein. Manchmal hinterfragt man sich, wenn es jetzt wirklich zu einer schlimmen Szene kommt, wo dann praktisch schon so ein kleiner Zweikampf vorherging zwischen zwei Spielern und dann 20 Sekunden später oder 10 Sekunden später treffen die sich nochmal und dann wird es aber richtig heftig. Ah ja, okay. So, und dann denkt man sich dann auch, Mist, Mann, hätte ich da nicht einfach ein paar Sekunden vorher einfach das Faul pfeifen sollen, da vielleicht mal ein Ticken klein nicht dazu sein, um einfach die weitere Situation, dann hätte ich die damit ja unterbunden, da wäre es ja gar nicht so weit gekommen. Dann wäre Ruhe gewesen, dann wäre ein Freistoß gewesen und dann, ja, das sind halt so Dinge, worüber man dann erst auch schon grübelt, ja. Also, ihr tut gerade so, es wäre ja gar nicht da, finde ich auch sehr schön. Ja, tut mir leid. Matthias hat sehr viele Fragen, aber es ist ja schön, dass du so interessiert daran bist und Robin, man merkt auf jeden Fall, dass diese Passion da ist, für Schissicher sein. Es ist natürlich auch so, dass ich oft höre, es sind zu wenig Leute, Nachwuchsprobleme. Es ist vielleicht so einer deiner größten Wünsche zu sagen, einfach noch mehr Leute ranzuholen. Ja, auf jeden Fall, wir hier im Fußballkreis Bielefeld, wir sind dann, im Vergleich zu anderen Kreisen, noch sehr gut aufgestellt in den letzten Jahren, da haben wir eigentlich noch ganz gut Nachwuchs bekommen und jetzt aktuell ist es auch so, dass wieder ein Anwärterlehrgang ansteht, der startet nächste Woche Samstag, also wer noch Lust hat und mal Bock auf eine Schiedsrichterkarriere hat oder mal ganz lustige Gespräche, wie das funktioniert. Kommt mal nächstes Woche Samstag, guckt mal bei Facebook, bei den Schiedsrichtern rein, Schiedsrichter Bielefeld ist die Facebook-Seite, FLW-Schiedsrichter Bielefeld und da können wir gerne in Kontakt treten und mal schauen, was noch möglich ist. Denn wir brauchen immer jeden, das ist einfach so und gerade auch die Schlagzeilen, die in den letzten Monaten immer weiter kamen, dass auch viel Gewalt gegen Schiedsrichter angewendet wird und auch wurde, hilft uns dann natürlich nicht und viele Schiedsrichter hören auf, was wirklich sehr, sehr schade ist, weil die Schiedsrichterei ist gerade im jungen Alter etwas, was ich glaube, was sehr persönlichkeitsbildend ist, denn man lernt früh halt mit Konfliktsituationen umzugehen und ich glaube so, das fehlt so öfter mal so gewissen Generationen. Das ist die neue Bundeswehr, ne? Ja, kann man so sagen, weil es härtet auch ein Stück weit ab, also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Kriegsfeld ist auf dem Fußballplatz, um Gottes Willen, aber du als Schiedsrichter bist, automatisch wirst du damit konfrontiert, Konflikte zu lösen oder zumindest dich mit Konflikten zu beschäftigen und wenn man schon solche Eigenschaften halt auch im jungen Alter lernt, ich denke, das ist sehr, sehr hilfreich für das restliche Leben, auch ob es beruflich ist, wie auch immer, überall. Also es kommt glaube ich von ungefähr, dass die Leute, die auch in der Bundesliga zu Schiedsrichter sind, dass die alle auch so Berufe haben, mit denen das weiterhilft. Also ich denke an Patrick Ehrlich, der zum Beispiel Polizeiraubkommissar ist, wo er auch immer sagt, dass ihm das weiterhilft, dass er die Polizeiarbeit in die Schiedsrichterei einbringen kann und umgekehrt. Ich glaube, das ist glaube ich sehr prägend und Schiris sind glaube ich immer gern gesehen und außerdem gibt es dann nach dem Spiel noch eine Wurst und Bier, glaube ich. Zumindest bei uns im Werther gibt es immer für den Schiedsrichter. Ja, das ist auch schön, dass die meisten Vereine uns Schiedsrichter wirklich sehr gastfreundlich behandeln und wir überhaupt keine Sorgen dabei haben müssen, dass wir da irgendwie verhungern oder verdwursten. Aber ich habe so eine Regel im Kopf, dass wenn die Schiedsrichterkabine nicht ordnungsgemäß ist, dann darfst du als Schiri verweigern, das Spiel anzufeifen. Ist das richtig? Also gut, dass es, weiß ich nicht, also mir ist diese Regel nicht bekannt, ist doch wahrscheinlich besser so. Also ich glaube diese Regel, weiß ich nicht, ich höre jetzt gerade zum ersten Mal von dieser Regel, aber ich lerne natürlich immer noch gerne dazu, aber ich glaube, das war vielleicht früher mal so, aber heute kann ich mir das nicht vorstellen, da wird ein selbliches Spiel nicht verstanden. Alle aus dem Fußballkreis wissen alle Bescheid. Ich sage nur gerne dazu, beim SV Heger ist es so, dass die Duschen-Kabinesituation sehr schwierig ist und dass man dann nicht nur mit den Gegnern duscht, sondern auch mit dem Schiedsrichter. Und ich habe mich einmal in der Situation gesehen, dass ich über den Schiri geschimpft hatte und dann kam von links eine Ansage und dann stand er neben mir unter der Dusche. Ja. Deswegen, liebe Vereine, tut dem Schiri doch ein Gefallen, spendet ihm eine eigene Kabine, Robin freut sich. Vielen Dank, sage ich schon mal. Vielen Dank, liebe Vereine. So, dann haben wir auch vieles über die Schiedsrichterei erfahren und Matthias hat auch alle seine offenen Fragen geklärt. Das hat mich doch sehr gefreut, dass du so interessiert gewesen bist. Dann hoffe ich mal, dass der Nachwuchs noch weiter floriert bei den Schiedsrichtern und wir uns jetzt am Ende der Sendung gleich nochmal bei der Bundesliga unterhalten wollen und da er Start ist, machen wir gleich ein lustiges Tippspiel. Das heißt, ihr könnt schon mal, ich habe euch den Spieltag schon ausgedruckt, ihr könnt jetzt mal in der Musikpause schon mal überlegen, welche Spiele ihr so bewertet, wo ihr denkt, na, da ist Potenzial, der könnte gut sein. Das ist hier gleich Thema bei eurem Lieblingsfußballtalk Herzrasen nachgetreten. Billy Talent mit Fawnleafs. Ihr seid bei Herz 7809 und hört dem Fußballtalk nachgetreten. Wir sind einen Tag vor dem Bundesliga-Start. Freitagabend geht's los und deswegen habe ich jetzt meine lieben Gäste Robin und Matthias noch zum Tippspiel gebeten. Das heißt, wir wollen aber den aktuellen Spieltag durchgehen und vielleicht noch ein, zwei Meinungen einräumen und ich finde schon, beim allerersten Spiel an diesem Spieltag wird's schwer. FC Schalke empfängt Borussia Mönchengladbach Fünfter gegen Zweiter. Matthias meinte eben flachsig, alles unentschieden, aber was ist so deine Einschätzung zu dem Spiel? Ja, ich würde sagen, Schalke gewinnt zu Hause. 2-1. Uh, bold move. Was sagt Robin? Was? Ich sage, beide trennen sich 1-1, kein Sieger aus dem Auftaktspiel. Gladbach hat aus den letzten vier Spielen nur vier Punkte geholt. Das macht ja nichts, aber wir haben ja 2020. Ja, ihr seid euch einig, dass ihr euch uneinig seid. Dann kommen wir zum eben schon oft angesprochen 1. FC Köln, der sich noch ein bisschen verstärkt hat gegen den VfL Wolfsburg, der am Anfang der Saison gut performt hat und dann irgendwie in das graue Mittelfeld der Tabelle gelandet ist. Robin, wie ist deine Einschätzung für das Spiel? Also, ich glaube, das wird ein ziemlich enges und kämpftes Spiel, wo Wolfsburg einen späten Zweier-Sieg-Treffer erzielt durch Werroost. 2-1 für Wolfsburg. Uh, was sagt Matthias? 1-1 ohne, ohne das letzte Tor ist bei mir. Der geht daneben bei mir. Also jetzt eine umgekehrte, so, jetzt bin ich gespannt, FC Augsburg empfängt Borussia Dortmund, Robin ist natürlich Dortmund-Fan, deswegen frage ich Matthias zuerst. Wie ist deine Einschätzung? Gewinnt trotzdem Dortmund, 0-2 habe ich getippt. Okay, wenn nicht sogar höher. Ja, da ist gut was drin. Hallo, Erling Haaland ist jetzt bei uns, da wird gleich einen richtig geilen Aufstand, 6 Tore, ein richtig geilen Einstand, nein, er wird aber direkt mal einen Doppelpack erzielen nach Einwechslung und wir werden sagen und schreibe 4-1 in Augsburg gewinnen. Uh, auf die eigene Mannschaft tippt man es natürlich immer einfach, tippt man natürlich immer auf Sieg. Mainz 0-5 gegen SC Freiburg, 14. gegen 8. Der SC Freiburg so die Überraschung der Hinrunde oft weit oben gestanden, deswegen Robin, wie siehst du das Spiel? Ja, Freiburg tut sich auswärts immer relativ schwer, Mainz hat zuletzt ganz gute Spiele eigentlich auch gezeigt, ja, aber ich glaube, Mainz wird sich ganz knapp mit 1-0 durchsetzen. Uh, Mainz gewinnt, was sagst Matthias? Genau, andersrum, also, aber 0-2, ich denke Freiburg wird sich da, ja, wird jetzt, die haben sich gut vorbereitet in der Winterpause nochmal die Stärken gestärkt und werden durchstarten. oft nicht einig, das finde ich sehr interessant. Das liegt ja auch schon am Verein, den wir anhängen, das ist ja auch, das ist ja wie Jürgen und Jan. Ja gut, Robin ist Dortmund-Fan, Matthias ist Bayern-Fan, vielleicht liegt es auch daran. Jetzt, glaube ich, für mich so, das Spiel des Spieltags, nämlich der Abstiegsgipfel in Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf, 16. gegen SV Werder Bremen, 17. Klingt das so in einem klassischen 0-0? Ja, die Heimannschaft gewinnt 1-0, auf jeden Fall. Uh, Düsseldorf gewinnt und schützt Bremen in die Krise. Bremen ist immer noch in der Krise. Robin Schill ist schon mit dem Kopf. Also ich selber, ich habe auch sehr viele Sympathien für den SV Werder. Trotzdem glaube ich nicht, dass sie in Düsseldorf gewinnen. Trotzdem trennen sie sich 2-2. Es wird, glaube ich, ein ziemlich mutteres Fußballspiel. Okay, wir schauen mal, wir weiter mit, auch so ein Spiel in der Miemanns-Tabelle. Hoffenheim 7. gegen Frankfurt, 13. Hoffenheim so hoch und tief und Frankfurt irgendwie unter den Möglichkeiten geblieben. Deswegen, Matthias, was wird das für ein Spiel? Ja, Frankfurt muss kommen und Hoffenheim kommt sowieso schon. Die sind ganz gut jetzt zum Ausklang der Hinrunde gewesen. Deswegen unentschieden 1-1. Bei mir wird es ein bisschen torreicher. Ich tippe auf einen 3-3. Uh. Ja, ich habe gleich noch einen Kracher, aber wie gesagt, 3-3. Uh. 3-3 bei Hoffenheim ist immer alles möglich in alle Richtungen und Bas Doss hat da groß angekündigt, dass er jetzt für Frankfurt richtig auf Torjag geht. Deswegen gibt es. Ja, große Fresse, Komma, man wird es sehen. Verletzt sich in der 12. Minute. Dann das Samstagabend-Topspiel. Auch eine überraschende Hinrunde der Union Berlin als Aufsteiger kommt zum Tabellenführer Rasenballsport Leipzig. Böse Zungen würden behaupten, es geht hier nur um die Höhle des Sieges. Ja, da gibt es Leipziger allerlei. Also, da wird ordentlich gebuddet. Boah, wo hast du den Gag ausgebuddelt? Ja, weiß ich nicht. Das ist mir gerade eingefallen. Ich habe doch irgendwas gesucht. Tut mir leid. Ja, also. Wir brauchen Phrasenschweigen, glaube ich. Ich wollte dein Ergebnis hören, Matthias. 4-0, das ist richtig. 4-5-6-0, irgendwie sowas. Das wird richtig ballern. Wir werden uns heute tatsächlich immer einig, ich sage auch, 4-0, da geht es wirklich, glaube ich, nur um die Höhe. Auch wenn ich es gut finde, wie Union sich da bisher geschlagen hat. Auf jeden Fall, sehr mutig. Da steht eigentlich die Abwehr, aber da ist Leipzig auch viel zu schnell. Ich hätte mal recherchieren sollen, wie die Wettquoten so sind, aber das lassen wir von uns. Dann kommen wir zum Sonntag und zu deinem Team, Matthias, nämlich zum FC Bayern München, der zum Ex-Trainer nach Berlin reist, nämlich zu Jürgen Klinsmann. Den erwähnen wir nicht. Der nicht erwähnenswert. Der hoffentlich bis dahin alle Boda-Statuen aufgestellt hat und seine Papiere gefunden hat. Schaffen die beiden den Sieg? Nein, also in Berlin tun wir uns immer schwer, gegen Berlin vor allem auch in letzter Zeit. Unentschieden, 2-2 wird das. Also wir werden vielleicht in Führung gehen, aber dann wird es wieder hinten wackelig. Ei, da habe ich ja nicht mit gerechnet. Robin, du nixst. Ja, weil wir sind uns kurioserweise schon wieder relativ einig, zumindest was den Ausgang getrifft. Ich habe jetzt 0-0 getippt. Ich glaube, wir werden keine Tore sehen, beide Mannschaften. Es wird ein umkämpftes Spiel, aber es wird keine Tore geben. Und dann kommen wir zu einem Spiel, was am allerersten Spieltag letzte Saison richtig für Führung. Es hat mich Paderborn gegen Bayer Leverkusen, da ging es richtig ab. Robin, wird das diesmal auch so sein? Ja, jetzt kommt nämlich mein Kracher. Ich sage 4-4, weil Paderborn und Leverkusen sind beides Mannschaften, die relativ offensiv spielen. Volles Kanonenrohr, da wird die Defensive auch gerne mal vernachlässigt. Und deswegen dürfen wir uns, glaube ich, auf ein Torreigen freuen. Alles klar, 4-4. Matthias, wie siehst du das? Da muss ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Unser Nachbar hat eine Paderborn-Flagge, also ich komme ja aus Paderborn, und die wurde vom Wind, sagen wir mal, gezeichnet. Die war immer zerfetzter und je schlimmer die aussah, desto schlimmer hat Paderborn gespielt. Aber jetzt hängt da keine mehr und ich denke, da die Voodoo-Flagge jetzt runter ist, wird das gut gehen mit einem 1-0 für Paderborn und sie retten sich da unten raus. Oh, interessant. Ich nage dich noch mal darauf fest, was mit der Voodoo-Flagge ist. Gut, dann habt ihr den Spieltag durchgetippt. Ich hoffe, ihr tragt das nachher. Du hast gar nicht getippt. Das ist richtig. Das war auch, das habe ich mir auch nicht so gedacht. Okay. Ich meine, mein Heimatverein ist ja auch der DSCM Bielefeld. Also falsche Liga für dich. Ja, mein Zweitverein ist der HSV. Deswegen ist, ich halte es sonst mit den Freiburgern, aber das habe ich jetzt hier nicht rausgelassen. Ich konzentriere mich voll auf die zweite Liga und lege schon mal das Trikot bereit, wenn wir dann Anfang Mai auf dem Rathausplatz stehen. Da komme ich mit. Ja, Pitt Clausen, falls du das hörst, reserviere schon mal den Balkon. Dann zur Aufstiegsfeier und vielleicht auch zur Meisterfeier vom Borussia Dortmund oder FC Bayern München. Ich drücke Amina da auch alle Daumen, damit Ortega auch bleibt. Ja, so. Gutes Abschlusswort, deswegen, wenn ich auf die Uhr gucke, ist es denn schon wieder vorbei. Matthias, Robin, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Robin, dass du uns so ein bisschen den Einblick in den Dritte Alltag gegeben hast. Sehr gerne, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist echt cool, hier zu sein. Und ja, ich kann nur da gedanken. Willkommen. Ja, gerne. Matthias hat dich wieder eingeladen, sehr gut. Dann sagen wir noch danke an Marius Finnemeyer, der uns so sehr unterstützt hat und brav zugehört hat. Mein Name ist Pierre Wulwit, ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstagabend und natürlich schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.